Besonders schön an der GLCAP finde ich, dass man sich gegenseitig duzen kann, vom untersten Mitarbeiter bis zum obersten Chef. Grüezi! Hoi miteinander, ich begrüsse dich auf der kleinen Kantonalbank. Mein Name ist Yamina Landold, ich komme im zweiten Lehrjahr und mache Fachrichtung Bank. Die Haupttätigkeiten am Schalter sind vor allem Ein- und Auszahlungen in verschiedenen Fremdwährungen, Vergütungen auf andere Konten und Kontoeröffnungen. Nach einer dreimonatigen Einarbeitungsphase in der Service-Line berate ich bereits bestehende, aber auch mögliche Neukunden am Telefon oder leite ich sie an die zuständige Person weiter. Hoi miteinander, mein Name ist Marvin, ich bin aktuell im dritten Lehrjahr zum Kaufmann EFZ bei der Glander Kantonalbank mit der Fachrichtung Dienstleistung und Administration. Mir gefällt besonders gut, dass wir eine kleine GLKB-Familie sind. Für ein Rechtsberatungsgespräch braucht es eine gute Vorbereitung. Herzlich willkommen zum heutigen Gespräch. Hallo zusammen, ich bin Dario Citto im dritten Lehrjahr und mache das Lehrfachrichtung Bank. Den Kundenkontakt finde ich schön, weil so kann ich viele neue Leute kennenlernen. Berater sind immer hilfsbereit und man bekommt jederzeit Unterstützung von ihnen rüber. Hat es euch überzogen? Bewerbe dich jetzt bei der GLKB. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.